Liebe Mamis und Papis, heute stelle ich euch die Jogster 3 und Jogster Twist vor. Beide Modelle sind im Outdoor-Bereich vielseitig einsetzbar, wobei der Jogster 3 mit seinem festen Vorderrad für Sport geeignet ist. Die Schiebestange ist bei beiden Modellen in der Höhe verstellbar. Und beide verfügen über einen großen Einkaufskorb. Der komfortable Sitz bietet viele Vorteile. Die Bremse ist als Feststellbremse und als Laufbremse verwendbar. Jetzt zeige ich euch, wie der Jogster zusammengeklappt wird. Die Bremse ist als Feststellbremse. Die Modelle sind ebenfalls TÜV und GS getestet und verfügen neben einem 5-Punkt-Gurt sowie reflektierenden Bändern über eine Sicherheitsleine, die am Handgelenk befestigt wird. Sie wiegen 13 kg, sind mit 34 kg belastbar und haben ein kompaktes Faltmaß. Wie bereits erwähnt, ist der Jogster 3 zum Sport geeignet. Ihn gibt es auch in einer 16-Zoll-Variante. Alle TFK-Modelle mit feststehendem Vorderrad sind für die sportliche Nutzung vom TÜV getestet und zugelassen. Weitere Features sind Atmungsaktives Material Großzügige Sitzfläche Verstellbare Rückenlehne Ein verstellbares Fußbrett Und abnehmbare Räder mit Scheibenbremsen Umfangreiches Zubehör findet ihr unter www.buggy.de Einzige Farbe Einzige Farbe Einzige Farbe Einzelde Farbe Ganz ausz lamb Für alle TFK-Modelle findet ihr detaillierte Schulungsvideos unter www.buggy.de.